So, unser Bündnis steht, passt. Die Fahne mit der Bündnisfahne schaut cool aus, oder warum wolltest du unbedingt dieses schwarze, diese schwarze Fahne haben, Flo? Weil ich das als klassische Oldschool Piratenfahne sehe, ohne den Jolly Roger drauf. Achso, aha, deswegen. So, ich schau mal eben, was der Kompass macht. Zeigt gerade raus. Dann ist es wohl nicht die Insel. Obwohl, der Kompass geht mit, so ganz leicht. Oh, da liegt was. Der springt so die ganze Zeit von links nach rechts bei mir. Naja. Dürfst du's? Ja. Da war nur ein Smaragd, sonst nix, keine Kisten oder sowas. Ah, da hat jemand was verloren, glaub ich. Jaja, da hat jemand was verloren. Schau mal kurz drüber. Kannst du mal dann umkehren? Ich mach mal das Siegel hoch. Das ist mit neuer Schatzkiste. Äh, was macht denn der Kompass? So. Oh ja, der ist mitgegangen. Das ist schon die Insel. Das haben wir schon richtig. Da ist er. Ich muss mal kurz lesen. Und die Kosmetik wie Angel, Trommel, Schwert, Ohr, Kompass, Holzbein, Hacken, was? Hackenhand? Hackenhand? Oh, wir müssen nach. Nee, stopp. Warte. Doch. Äh, genau. Ja, das ist typisch. Äh, hier, kennst du das da? Dingsabumsa hier, genau das Dingsabumsa da. Hier, da. Ja. Rechts. Nee, das andere rechts. Genau. Ja, Level 2. Sehr schön. Matrose, ey. Brüder, willst du mir was abnehmen? Achso, warte, ich konnte nicht einraubunieren. Ich wünsche dich. Wie bist du denn auf das? Dankeschön. Kannst du mich gleich mitnehmen? Wird mir auch umdrehen können. Ah, danke mein Engel. Sehr lieb von dir. Oder auch nicht. Gut. Ja, warte. Warte. Ja, dankeschön. So, ich schieße mich dann trotzdem wieder rüber. Da vorne ist nämlich der nächste. Aber wir müssen noch eine sein, oder? Da ist nämlich die Kiste, die ich wollte. Hier ist noch eine drauf. Das ist leider eine leere Kiste. Also ich... Wuh, jetzt ist er abgesprungen. Aber besser als nix. Jetzt ist er weg. Na klar. Oh. Aua. Oh, hier ist ein Stein. Nein, die Lüdi gehört jetzt erstmal vor dem Stein. So, wir müssen... Wohin denn hier? Irgendwo hinten auf die andere Seite. Warum tötet ihr eigentlich nie mega lodern? Bringt doch Jäger. Ja, die spawnen halt meistens dann wieder weg. Und da lohnt es sich gar nicht, Kanonkugeln da zu schießen. Und das geht jetzt hier hin. Ach da. Wenn, dann müssten wir echt anhalten. Scheiße. Aua. Oh. Oh nein. Hast du es erwischt? Ja. Ich schaue rüber. Das hat jetzt interessant ausgeschaut von meiner Praxis. Siehst bloß die ganze Insel explodiert und Lydia steht mittendrin. Oh jei. Ich glaube, ich habe es aber auch nicht gehört. Ich glaube, ich muss mal in den Einstellungen auch was machen. Ich schreibe, wenn irgendwo ein Sprengfass unterwegs ist. Ne? Damit ich hier was höre. Das sind glaube ich Effekte. Wäre wichtig. Machen wir mal ein Stück lauter. So. Wie sollte das eigentlich funktionieren? Damit ich was höre. Ich sehe nur leider nicht viel. Ich habe nichts zu essen. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Ich will nichts shoppen. Äh. Da oben geht da. Aber hier muss doch noch irgendwo, oder? Hier gibt es doch noch irgendein Flaschlein. Ein Flaschlein? Nein, hier gibt es noch eine zweite. Die Insel ist so groß, dass es noch eine zweite Dings gibt. Na hier. Na hier ne Dings da, weißt du? Ne Dings. Ne Dings. Oh hier, hier war es doch gerade irgendwo. Hier. Hier. Ah. Ich glaube hier oben drüber ist sie. Bist du schon oben? Ich bin schon oben, ja. Hast sie? Ja, ich habe sie. So. Zerisnes Karten Pergament. Da ist ein X. Aber ich sehe nicht was für Insel das ist. Ähm Moment. Man könnte es rausfinden. Theoretisch. Wer hat eine Flashlight? Was heißt ein Flashlight? Aschenlampe. Was? Aschenlampe? Aschen. Ich weiß jetzt nicht, wer was im Chat geschrieben hat. Aber ich habe eine Impfung gekriegt. Müsst du nochmal schreiben. Ich glaube ich konnte keiner wieder überleben. Ich habe nämlich gerade auf der Schießblufferfaust drauf gehauen. Fast. Ich gehe auf die Pferde der Verdammten. Ich habe schon noch ein Skelett hier oben. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Wollen wir kurz was zu essen. Ich habe nichts mehr. Ich war Hunger oder sonst. Was ist der Essen? Mensch, ich habe doch hier auch noch was zu essen. Habt ihr eigentlich die Truhe aufs Schiff gebracht? Hm? Ihr habt eine Truhe an Land abgestellt. Entschuldigung, ich habe welche gesprengt. Ich guck mal eben. Ich guck mal eben. Hallo. So muss losrennen. Bis du lernen. Tschüssi Drachen alles. Schön, dass du reingeschaut hast. Viel Spaß beim Lernen. 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 Muss man mögen. Ab. Ich guck mal. Ich guck mal. Ja ich weiß. Verlasse ich es lange. Vielleicht bin ich ja noch irgendwo eine Kiste. Ich leuchte ja in Schöne. Kiste. Die Kiste steht schon am Schiff. Ja okay. Ich habe das vorhin gesehen. Ich brauche noch was zu essen. Gut. Aber ansonsten brauchen wir hier nichts mehr. Wir sind der nächsten Insel. Ich suche noch schnell was zu essen. Essen! Essen? Ohohohohoho. Au. Ich brauche aber eine Knappe angelegen. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Mhm. Mhm. Oh. Ich habe eine Mission angenommen. Es tut mir leid. Ich frage mich eh was das war. Ich habe auf jeden Fall irgendeine angenommen. Das war nicht meine Absicht. Ich suche immer noch was zu essen. Ich finde hier nichts. Oh ich habe da sowieso nicht. Hervoran. Ich habe einen Sprengfass. Wollen wir es mitnehmen? Mhm. Ne. Okay. Lieber nicht. Kammütterspieler. Hauber. Derrick. Wess dich. Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Oh. Ich kriege Gesellschaft. Abhauen. Schnell weg. Sprengfass. Springfass. Nein. Ich habe nichts zu essen bei mir. Lass mich Ruhe. Was hat der Schlangen? Wo seid ihr? Ah hier ist irgendwo. Eine Hüfte rum. Eine Mermaid im Wasser. Eine Sternene. Glintgänger hier. Ah. Lydia willst du zu mir kommen? Dann machen wir schnell die Mermaid. Die Mermaid? Ich habe keinen zu essen. Ich habe nichts dabei. Achso. Ich bin so gut wie da. Ich muss mir erstmal was zu essen suchen. Okay. Ich möchte schon die ganze Zeit am Insel abgraben, dass ich nur noch ein paar Fässer kriege. Aber ich kriege nur. Ich kann nur einen Kuh gehen. Und sowas. Aber kein Essen. Das will doch keiner. Jetzt bin ich wieder hier oben. Hier ist ein Lagerfeuer. Könntest du was zum Essen kochen? Schlange. Schlange. Fässer. Wo sind denn hier nur die Fässer alle? Was sagen wir? Ja sagen sie mal hier. Das kann ja wohl nicht vor sein. Oh wo geht es denn hier raus? Da ist ein Fässer. Essen? Essen? Oh da ist ja noch ein Dings. Na wieder kein Essen. Na wieder kein Essen. Ich würde doch nur essen. Ich würde doch nur was zu essen. Ich habe wieder nichts zu essen gefunden. Wieder nur Kuh hin. Schon wieder? Lauter ähm. Skelette hier auf der Insel. Ja. Ja. Sehr bravig noch. Fässer. Ich habe noch mehr Versorgung gefunden. Mal gucken. Pssst. Er kann ja hier sitzen bleiben. Hoffentlich steht. Und sagt kein Mut. Der Rest ist mir eh ein. Genau. Noch zweimal quatschen überhaupt. Es fliegt raus aus dem Wohnzimmer. Nein. Genau. Klar. Gut. So Chris, ich komme gleich. Ich bin auf dem Weg. In den Norden. Norden bitte. Zur Krabbe. Oh. Oh. Geht mal. Das Feuer ist ausgegangen. Au. Baum. Oh. Ich sehe, was hat du nicht süß. Das ist cool. Baum. Hä? Was geht denn das Feuer die ganze Zeit aus? Weil es regnet. Weil es regnet. Ach, deswegen. Ah, das ist ja cool. Cool gemacht. Nun gut. So. Dann gucken wir mal runter. Osten Mürnig. Da. Mürnig. Da ist sie. Die kleine. Etwo. Genau bei mir. Ja, wo bist du denn? Ach, da. Schwimmen. Auf dem Fass, wo du das Essen hier hast, lag ein Schlitterboot-Kuh. Ja. Such sie gleich. Ich ersaufe. Oh no. Nicht ersaufe. Nicht ersaufe. Nicht ersaufe. Nicht ersaufe. So. Gleich haben wir es. Jawoll. Oh, hier rückt es mal Essen. So. Du hast das, oder? Ja, jetzt. Jetzt hast du es. Mein Telefon macht dich hier selbstständig. Mhm. Warum macht er denn sowas? So, jetzt gehen wir jetzt zurück zum Schiff. Mhm. Jetzt haben wir nicht alles. Da lag irgendwo noch ein Glitterboot herum. Ein was? Ein Glitterboot-Buch. Ach so. Das war irgendwo, ja, irgendwo da oben, der Insel. Okay. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht damit. Mhm. Ich glaube, sie wird es mir bestimmt gleich schreiben. Mhm. So. Okay. Okay. Mürmelstein würde ich aber gerne am Seeposten abnehmen. Ähm. Wir gehen ein paar Schlangen, oder? Wollen wir die mitnehmen? Weil ihr habt ja einen Schlangenkorb, ne? Dann pack mal mein Schwarz weg. Das Schiff weg. Natürlich werde ich getroffene. Natürlich. Ich erhoffe mir damit nichts anderes. Mhm. So. Erstmal weg hier. Nimm mal die Lüte. Nimm mal die Lüte. Nimm mal die Lüte. Nimm mal die Lüte. Dann öffnet sich ein... ...stein... Ne Mauer. Oh, da drüben ist eine Schaluppe mit Botschafterflagge. Ging immer mit. Mitnehmen. Mitnehmen. Auf den Korn. Wo kommt denn die rein? Links oder rechts? Äh, ziemlich geradeaus. Die ist jetzt noch leicht links. Da, ich sehe sie. Ja. So, dann riechen wir mal das Segel, genau. Nein. Wir machen keinen Bündel. Oh, die haben... ...gestoppt. Weil wenn wir nicht mit Bündnis machen, alle anderen sind auch nicht so lieb mit uns. Wir haben sogar ein Bündnis. Warum müssen wir dann einmal auch Freundlichkeit machen? Wir haben ein Bündnis. Aber nur mit Jutes, die wir kennen. Fremde Leute verraten sich immer. Wenn ich alleine mal gespielt habe, wurden wir versenkt. Das geht nicht mehr. Ende Melende. Nein, wir machen mal Spaß, ja? Ja, genau. Wir haben noch Wasser unten gemacht. Ja, wegen dem Sturm wahrscheinlich. Welche Seite darf ich? Links, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir hinfahren. Ich sehe gerade noch nichts. Sie sind immer noch ziemlich genau vor uns. Ja, okay. Aber die Acker ist ja auch, oder? Ja, ich meine schon. Fahr mal einen Tick nach rechts, damit wir die auf der linken Seite von uns haben, dass wir nicht zwischen Insel und Schiff durchmüssen. Ja, die sind bei dem Frack, da ist ein Frack, glaube ich, gell? Aber ihr wollt doch mit denen aus dem Stream einbündnis machen, oder nicht? Haben wir schon? Haben wir schon. Das haben wir schon, Haukel. Das ist noch nicht erledigt. Ich brauche aber zuerst einen Segeln. Segel vorne hoch. Ich kümmere mich auf das hintere. Die vorne ist oben. Ah, die fahren los, die fahren los. Dann geht es mal rechts. Rechts, Kanonen. Aua. Jawoll. Oh no. Oh. Schön. Ich kann nicht mehr ran. So. Segeln runter. Und los geht die Jagd. So und hier. Jetzt hat sich mein Griffhund schon gut ausletzten gemacht. Ich krieg gleich Angst, weil du hier bist. Wo sind die? Sie waren aber wohl, oder? Ja, genau. Borda war's. So, wir dürfen gleich rangehen. Jawoll. 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 Sehr gut. Segel mal hoch vorne. Ja, bin schon dabei. Genau, danke. Ich sehe ja nichts. Sie versuchen es wieder hochzuziehen. Bisher versenkt sind. Sehr gut. So geht es. Gleich sind sie nicht nimmer. Feuerbomben. Dieser komische Wellengang. Ja. Die haben gut Loot drauf, ne? Ich glaube, die sind im Gesicht, oder? Geil. Ja, sind weg. Oh, nice. Keiner mehr im Wasser. Warte, ich prüfe mal. Ich bleibe hier mal. Ich sehe nix. Ne, ich sehe auch nix. Das ging aber schnell. Verdächtig schnell. So läuft das. Kannst aber sein, dass es nur einer war. Oh, es tut mir leid. Taubsi hat gerade geschrieben, der Typ, den ihr gerade gekillt habt, ist ein Freund von mir. Er ist noch Anfänger. Nein. Es tut uns leid. Oh, shit. Ich schädige mich aber völlig, ne? Wenn man Opfer kennt, dann ist es schon schwierig. Ah, da ist noch jemand da. Echt? Entschuldige dich bitte gleich. Oh, Mann. Das bin ich nicht. Ja, er schießt. Das hast du jetzt davon. Ja, der ist noch im Wasser. Er hat mich gerade gekillt. Oh. Dann brauchen wir uns nicht entschuldigen. Ja, ich bin ein Anfänger. Mein Freund sagt gerade, wir können ja Allianz noch machen. Da hat er was von so einer Beute. Und wir auch. Ja, stimmt. Können wir dich nicht durchmachen, wenn er einsichtig ist. Pass auf, wir sammeln das ein und geben es ihm wieder. Äh, was? Ne, ne, also, wenn, dann sammeln wir es mal ein und dann machen wir eine Allianz. Dann kommt ja ein Teil davon ab. Wo ist es denn? Rechts. Ach, da. Hab's gefunden. Habst du den jetzt eigentlich schon erwischt? Ne, der ist noch irgendwo im Wasser, meine ich. Er hat seine Mür mit, noch. Die ist direkt hier vor uns. Oh, ich bin heute wieder der Profi beim Schießen. Das zieht du. Ja, genau. Schwimm weg. Ich hab Sniper. Entschuldigung, Leitkopf hier. Erwischt. Sehr gut. Aber so ist nochmal das Spiel, so habe ich auch angefangen. Ich wurde bestimmt am Anfang mindestens zehnmal versenkt oder so. Ja. Ich hab, ich hab am Anfang, äh, ich hab das Glück gehabt, ich hab ne Skelettgalli und ein Megalodon auf einmal bekommen, nach zweieinhalb Stunden mit der Schaluppe umeinander fahren, ja. Geil. Die ich dann einfach auseinandernehmen, wenn du es mit MPC zersägt. Das ist noch viel frustrierender. Jetzt ist er wütend. Das tut uns leid. Boah, ich fühle mich gerade so schlecht, ne. Ja, wie gesagt, er kann gern kommen und dann machen wir eine Allianz. Und dann bekommt er praktisch was ab, wenn wir es verkaufen. Hast du mich gewunden. Du solltest ihm mal schreiben, wo er ist und dann kommen wir hingefahren. Ja, genau. Dann machen wir eine Allianz. Ja, wir nicht. Also wenn er muss eher zu uns kommen. Sognetig sind wir noch. Oh, da sind ja zwei vorne. Cool. War ja auch schon fleißig. Ja. Wo ist eigentlich unsere Fahne von vorher überhaupt? Sieht die deponiert? Die habe ich auf der Ablage unten beim Dings gegenüber vom Tisch. Ich fange gerne jetzt noch mit dazu. Also da ist der Tisch, da ist die Fahne und da ist noch die Ablage. Aber wir müssen mal das spielen.